Hurra Hurra! Sag mal, wann ist denn der Release? Gibt's schon neue Infos? Hallo? Hey, wann ist denn der Release? Gründet ihr eine Gilde? Welche Fraktion nehmt ihr? Welche Klasse wird es geben? Hey, hallo, hallo, hallo? Hurra Hurra! Ich kann nicht länger warten, Leute, macht mir keinen Stress Gebt mir ein Release-Datum, nein, besser, gebt mir Pässe Es ist mir in der Ball von Beta-Status, Early Access VPN ist der Horror-Pink, dreckige Legs mit Stress-Test Wind-Drops, so was für meine Sausages und Grab-Trek Wenn dann dadurch der Pay-Drop Pack ich's ugly-Backpack, Reisende verarmeln, fucken Habt der Warme, will in Brotscheidblümchen fahren Mutter Splitterfaser, nackig, nackig, Jacke, Bluff Ich bin gechimpt im PvE, PvP, tut mir nicht weh Ich hab den Friedenshaubens-Buff Zehn Minuten pack ich und dann Teleport zur Stadt Brauche neues Gear, ich hab sogar noch ein Paar Mats Danach geh ich dir nach Heroicom Heroicom, Heroicom, Heroicom Heroicom für der Blessing und Community Der Unity wie Bronco und er tut euch ziemlich weh Ob in der Arena, Cast a Siege oder Open PvP Ich bin doch gut fürs PvE, denn hier im Dungeon-Job das tut Gear und Fein für mein nettes Set Full-Drum muss sein, Plus 15 Auraschein aus Brustbein Plus mein Pet-Truck, Maman sind Episch-Fans, Super-Plus-Star Ich geh wie Blumentopf in Bless auf Party-Safari Ich schneid mir nicht mehr mehr Die Haare sehn schön aus Du hast da Fahri, andere Games im Lachen Fahri Interessier mich nicht mehr Sie liegen einsam auf einer Platte Im Gamble nur noch vor sich her Ich bin jetzt Bless im Westen Early Access Versteht Jetzt Bless in the Early Access Jetzt Bless In the Early Access Neo Wiz Come on Wir brauchen Bless in the Early Access Wir können nicht mehr länger warten Denn das macht uns nur noch Stress Wir brauchen Bless, sagt uns wann es endlich kommt Bevor der Shitstorm heranrollt und der Trollmog nur noch Pfomp Was machen wir eigentlich? Ja, Leist, wir bis zu Ende heute, Leute Kommt zur bless-ruh.de Community Da beißt keiner Ehrlich nicht Die Kekse Wir haben auch Schweizer und Ösis Sind alle integriert Howdy Und Die Kekse Er Untertitelung des ZDF, 2020